So, da bin ich wieder, ähm, continue, haha, okay, ähm, auf geht's. Hey, gleich am Anfang so viel Geld, finde ich geil. Also man sieht, dass er ziemlich cool geht, aber dafür habe ich jetzt echt keine Zeit, weil es schon 20,25 Euro ist und ich würde heute schon noch gerne pennen und so, also. Wenn ich dürfte und wirklich könnte, was ich eigentlich kann, würde ich die ganze Nacht durchmachen, also. Ach, Nio, da. Was ist Vibe? Hey, da kann man rein, wusste ich gar nicht. Hey, das Bild ist doch noch in dem Casino, dann spielt er doch. Was ist? Ui, okay. Entschuldigung, ich gehe ja schon. Lache mich nicht aus. Immer wenn ich vorbei rein. Äh, 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 äh. Was kommt denn jetzt? Wie sie da steht. Mhm. Sie erinnert mich an Accela. So kann man doch nicht mit dem Arsch rocken, das geht doch nicht. Das ist zu krass. Viel zu krass. Ja, gute Nacht trifft es genau. Ich hätte es ja auch den anderen sagen können, das trifft er auch zu. Jetzt kommt's. Ehrlich, das war so klar, dass sowas passiert ist. Das ist doch im Filmen so, es ist in Spielen so, wirklich wahr. Okay, die Kamera kann sich nicht entscheiden, ob das ein Face ist oder nicht, okay. Was auch immer. Whatever. Oh, Mann. Die Furie, ey. Was gibt's denn, ey? Baba-fam. Beeil dich, Schapf. Raus aus dem Treibchen, die Nassi-Campoon, beeil dich. Ne. Ja, jetzt kenne ich mich mit der Steuerung aus, das ist ja ein bisschen ein Fosser. Okay, ähm, ja. Sean of the Dead. Nicht Sean is dead, also fit. Was seid denn ihr für gestörte? So, ähm. Was zur Hölle liegt da? Eine Tasche nach... Ah, okay. Die ist aber auch nicht schön. Ich mach mal leise. Hey, da geht's ja rein. Was ist denn da schönes? Nichts zum Anziehen, natürlich. Ja, weiß aber, wann das kommt. Wollte ich eigentlich nicht machen. Ähm, wieso habe ich schon so viel Leben und alles? Wieso bin ich Level 5? Ach so, okay, dann werden halt meine ganzen Daten gespeichert. Ist mir recht. Aber dann bin ich ja voll im Vorteil. Sorry, Leute, aber anscheinend habe ich schon alles aufgebaut. Ich habe schon ein paar Erfolge, ich habe schon ganz Level da. Ich bin Level 5. Ich habe ein Leben verloren, habe aber noch 5 Minuten. Das ist schlecht. Was frest ihr? Lasst den Boden rüber. Das schmeckt nicht. Gott, ihr seid doch echt gekündert. Was hab ich noch gemacht? Ja. Immer wieder gern. Ja. Ich habe hier irgendwie genug Zeit. Ich bin nicht. Ey, die Bulle. Boah, Olde. Boah. Sag mal. Ja, genau. Schon recht. Das ist euch scheißegal, oder? Das nicht. Hure. So. Domini, Domini, Domini. Ich mach mal nen Cut.